Ich will kein Impostor sein. Ich will kein Impostor. Nein, wer will denn kein Impostor sein? Oh mein Gott, ich bin Impostor. Habe ich das jetzt laut gesagt? Nee, okay. Wen nerv ich denn? Erstmal Lichter ausmachen. Flo, mit dir gehe ich runter, damit ich überhaupt nicht sass bin. Also wirklich, ich mache mich so überhaupt nicht sass. Moment, welche Aufgaben habe ich? Ich hatte Simon Sass. Okay, Simon Sass. Da brauche ich jetzt erstmal ein bisschen. Okay, Flo. Okay, Flo geht. Gut. Ich habe gerade ein bisschen Zeit hier zu nerven. Deshalb nerve ich jetzt gerade mal ein bisschen. Jetzt habe ich Simon Sass auf jeden Fall erledigt. Und dann gehe ich mal wieder hier hoch. Und dann checke ich mal ab, ob jemand hier ist. Und jetzt kommt Nessie und killt sie alle. Ja, Mann. Ist hier jemand? Kein Mensch hier? Das ist jetzt aber schade. Okay, dann wende ich mal schnell hier raus. Gucke einfach mal, wer hier so wo ist. Hier ist jemand im Office. Und zwar gehen wir jetzt zurück. Oh, Sternchen. Das Sternchen ist mir einfach mal gefordert. Was geht's? Ja, ja. Wo kommen Sie denn? Eine Frage, Sternchen. Was war das gerade? Was? Ich war gerade unterwegs. Erwischt. Erwischt. Ich gehe gerade in den Office-Bereich rein. Sieht das so eine gelbe Figur nach unten laufen und plötzlich war sie weg. Ich war besser nicht in den Office. Nee, unter Office, wo das dritte Wasserrad ist, unter Wind. Ich habe das Wasserrad dort gemacht, aber ich bin nicht in den Wind rein. Ich habe dort nur das Wasserrad gemacht, weil ich die Wasserräder machen musste. Hat jemand noch irgendwas anderes gesehen? Außer das jetzt? Also wir haben ja schon zwei Tote, ne? Ach, ja genau, deshalb. Weiß überhaupt irgendjemand, wer gestorben ist? Ich weiß, dass Earthmagic vor 20 Sekunden oder so, was auf jeden Fall auch in Weapons reingegangen ist. Wo liegt René? Weiß jemand? Hat hier René jemand gesehen? Michael, weißt du, woher Sternchen davor kam? Nee, ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe es nur rumgelaufen sehen und dann war es eben weg. Nein, rein theoretisch her hinkommen, dass die in Weapons Earthmagic zählt und dann da runtergegangen ist, theoretisch. Der Bereich wäre der richtiger. Könnte passen, ja. Also ich gebe jetzt erstmal. Ich würde es auf jeden Fall beobachten. Sternchen hat zwei Boots, dann sage ich in der nächsten Runde, könnten auch die zwei Impostors gewesen sein. Niemand ist hier. Okay, okay, okay. Oh, Sternchen. Hi. Ich freue mich, dass du hier bist. Oh, Scheiße. Jemand hat mich in den Camps gesehen. Man hat mich in den Camps gesehen. Ich muss denjenigen, der in den Camps ist, killen. Flo! Nein, 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 nein. Flo, du bist tot. Du bist tot. Du bist tot. Du bist tot. Nein, der Ron hat mich gesehen. Nein. Ich würde sagen Nessie. Warum? Ich kam gerade aus... Warte, ich muss gucken, wie es heißt. O2. Ich lauf runter. Ich sehe Nameless und Nessie kommt gerade hoch. Außerdem ist er auch gerade erst umgefallen. Hey, wo soll denn der Flo liegen? Ja, ich habe gerade die... Herbaldself-report. Ich habe diese Labyrinthast direkt neben Elektrikel gemacht und habe auch noch so ein pinken Männchen da vorbeilaufen sehen. Also ich bin auf jeden Fall in Richtung Camps gelaufen. Da habe ich Flo auch noch gesehen, aber dann bin ich rausgegangen und... Aber wartet mal, wartet mal, Moment, mal eine Frage. War irgendjemand noch in den Camps? Ich glaube nicht, dass Flo woanders liegt als in den Camps. Er stirbt immer in den Camps. Da gibt es übrigens einen Wensch. Flo stirbt immer in den Camps. Ich würde ihn niemals killen, wenn er nicht in den Camps liegt. Ich finde das sehr sass von dir ran. Oha! Leute, Lost einfach nur, wirklich einfach Lost. Mann! Okay, gut. Ja, das ist jetzt blöd gelaufen. Nessie Muton! Ups. Ich war immer gemütet, das ist ja doppelt blöd gelaufen. Aber Flo, du hast mich gesehen, oder? Flo, du hast mich gesehen in den Camps, dass ich unten... Ich glaube, ich wente... Leute, was ich jetzt gelernt habe, ich wente nie wieder hier raus. Da hat Sternchen ja auch gerade ein Problem gehabt. Wenn ich hier raus wente und dann hochgehe, der Flo ist immer in den Camps. Das habe ich ganz vergessen. Und ihr seht, hier ist eine Kamera. Und wenn man nicht hier runtergegangen... Ah, aber Moment, man skippt ja hier in den Kameras. Ich war noch in der alten... Das ist Karma, Nessie. Ja, das ist Karma. Alles gut. Ah, ich war noch in der alten... Man skippt ja die Wahrscheinlichkeit. Aber er hat mich gesehen, sonst wäre er nicht rausgegangen. Und dann hat er gesehen, dass ich hier gekommen bin. Deshalb bin ich dann hier so runter. Und dann ist er ja extra so. Und dann bin ich ja so. Und dann war ich so... Egal, wenn jetzt noch jemand ist. Und ja... Okay, gut. Ja, ich habe irgendwie gedacht, dass... Ach, Mann. Aber Flo? Ja. Hast du mich gesehen in den Camps? Ja, oder? Glücklicherweise. Ja, deshalb du bist gerannt. Deshalb ich muss den killen, Leute. Ich muss den killen. Egal, wer dabei war. Bis zum nächsten Mal.